Yo was glaubt ihr euer FravesHDS hier und zwar mal mit dem pinken Affen und zwar MaxiSuperKing Und zwar zeigen wir euch heute wie ihr richtig geil auf einen Hammer super geilen Spot kommen könnt Hier bei der map accident oder nee das ist die comeback map genau und wie ihr schon sehen könnt Da oben ist es richtig chillig also ihr könnt die leute hier holen die kleinen hässigen sniper da die leute hier drin Also leute erstmal wer guckt bitte schon da nach oben also jeder rennt hier vorbei jeder guckt hier aber keiner guckt da nach oben Und ihr könnt der Hammer die Bombe beschützen von dort weil es ist perfekt für hardcore und genau also das zeige ich euch jetzt wie das funktioniert Es ist so eine simple scheiße also das kann jeder machen leute das kann einfach jeder So also was ihr dazu tun müsst ist hier auf die karte zu kommen und zwar da wo ich gerade stehe da macht ihr einen double jump hier nach oben Ja manchmal klappt es nicht keine angst So double jump nach oben klappt wieder nicht Hammer Hammer ich liebe dieses spiel Das ist doch zu hart So dann hier auf diesen diese laterne keine ahnung da macht ihr einen double jump und setzt euer schweben ein leute Zack zack schweben So ihr seid hier oben chillemilin hier richtig geil ihr könnt wie schon gesagt die sniper da holen die wo da rausrennen die da ohne Da könnt ihr easy killen also ist alles chillig leute also ihr könnt hier vieles machen und das war's dann ja auch schon Und was ich auf jeden fall noch sagen wollte ist wenn ihr einen unlock all braucht bei gta bio 2 bio 1 und 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 Meldet euch bei meinem glitscher Was heißt glitscher meine modder und zwar der alexander hoffmann den habe ich auch unten in der beschreibung eingefügt und Ich habe auch einen code mit dem ihr bei ihm etwas rabatt bekommt also extra für euch leute etwas organisiert Es gibt ja viele leute die gerne ein unlock all machen würden deshalb Habe ich mir einfach gedacht ich mache mal was für meine community die gut die gut sind unten und wenn Ihr und meiner crew meinem clan egal was joinen wollt bitte meldet euch und jeder ist eigentlich willkommen also dann leute haut rein euer freaks